Du Stück Scheiße, du Schlampe, du Drecksau. Das alles sind Kommentare, die unter einem Facebook-Post zu Renate Künast zu finden waren. Die Grünen-Politikerin hat sich dagegen gewehrt vor dem Landgericht Berlin und die Berliner Richter sagen, nö, das ist keine Beleidigung, sondern das ist sachliche Kritik. Ein Unding, wie ich finde und warum ich das finde, was die Richter in Berlin da ausgeurteilt haben in Sachen Renate Künast und wie es jetzt weitergeht, erkläre ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke und hier schon mal der Hinweis, falls euch diese Rechtsvideos gefallen, lasst gern ein Abo. Da, ein Abo für Renate Künast haben sicherlich nicht diejenigen da gelassen, die bei Facebook etwas kommentiert haben, kommentiert haben zu Renate Künast. Was das ist, sage ich gleich was zu. Sie haben sie bezeichnet als Stück Scheiße, Pädophilen, Truller, Schlampe, Drecksau und Sondermüll. Da waren Vorschläge bei, wie knatter sie doch mal einer so richtig durch, bis sie wieder normal wird und die Frage, ob Künast als Kind vielleicht ein bisschen viel geworden sei und dabei etwas Verstand eingebüßt habe. Und dann war dann noch so Savachen dabei wie Drecksfotze als Bezeichnung. Das Landgericht Berlin hat gesagt, Drecksfotze ist haarscharf an der Grenze des noch hinnehmbaren in der sachlichen Auseinandersetzung. Ja, sagt mal, geht's noch, liebe Berliner Politiker. Alles Mögliche wird als Beleidigung aufgefasst, aber das nicht. Nicht, jedenfalls nicht nach Ansicht der 27. Zivilkammer in Berlin, die eigentlich eine wichtige Kammer ist, wenn es um Pressefragen geht. Und ganz Deutschland fragt sich gerade, was ist da los mit den Berlinern? Sind die möglicherweise so tolerant geworden, dass man jetzt alles in Deutschland sagen darf? Doch Stück für Stück, um zu verstehen, warum die Berliner möglicherweise dieses Urteil so gefällt haben, wie sie es gefällt haben, muss man erst mal checken, worum es hier ging. Und der Sachverhalt, der reicht 30 Jahre zurück ins Jahr 1986. Im Jahre 1986, da gab es eine Parlamentsdebatte im Bundestag. Es redete ein CDU-Abgeordneter und es kam dann eine Zwischenfrage, die wurde unterbrochen. Er wurde unterbrochen und dann sagte der CDU-Abgeordnete, zu der sie unterbrochen hatte, der unterbrochen worden ist, wie denn jemand zu einem Beschluss der Grünen steht, in Nordrhein-Westfalen sollen sexuelle Handlungen an Kinder nicht mehr unter Strafe gestellt werden. Also grob genommen, es stand zur Diskussion, im Bundestag war sozusagen in den Raum reingestellt worden, dass man in Nordrhein-Westfalen sexuelle Handlungen an Kindern nicht mehr unter Strafe stellen will. Also da fragt die CDU, wie kann das denn sein? Und jedenfalls in diesem ganzen Gemengelage ruft 1986 Frau Künast in den Raum zu dem CDU-Abgeordneten, Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist, also jetzt gesagt, hör mal, wenn da keine Gewalt im Spiel ist, das hat sie reingerufen. Also der CDU-Abgeordnete sagt so viel wie, wie doof sind denn die Grünen, dass sie Pädophilie nicht mehr unter Strafe stellen wollen. Und Künast ruft 1986 rein, hör mal, wenn doch keine Gewalt im Spiel ist, das war sozusagen 1986. Im Jahre 2015, also viele Jahre später, greift diesen Zwischenruf ein Reporter der Welt auf und er sagt, klingt das nicht, als wäre Sex mit Kindern ohne Gewalt okay. Er sagt also, wahrscheinlich fand Frau Künast das okay, weil sie ja damals gesagt hat, hör mal, wenn keine Gewalt im Spiel ist, wie auch immer das zu interpretieren ist. So, jetzt macht daraus wieder jemand, also ihr seht, das ist etwas komplexer, einen Facebook-Post und dieser Facebook-Post, der lautet, Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist, ist Sex mit Kindern doch ganz okay. Ist mal gut jetzt. Und dazu dann ein Foto von Frau Künast. Jetzt muss ich eins sagen, Frau Künast hat das so nie gesagt. 1986 ist was anderes passiert. Sie, ein CDU-Mann sagt, die Grünen wollen Pädophilie in Nordrhein-Westfalen freigeben. Künast ruft rein, hör mal, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Und diesen zweiten Satz, ist doch Sex mit Kindern ganz okay, ist also in diesem Zitat bei Facebook eher angedichtet worden. Und das ist, glaube ich, aus der rechten Szene so gemacht worden. Also es ist ein unwahres Statement erst einmal. Und was Frau Künast jetzt wollte, war, dass auch gegen diejenigen vorgegangen wird, die hier unter diesem unwahren Statement posten und die hier, das waren 22 Leute, sie nach Ansicht von Frau Künast beleidigen. Was waren das für Beleidigungen? Die keine Beleidigungen waren, sondern, wie das Landgericht Berlin jetzt festgestellt hat, zulässige Meinungsäußerungen. Das war Drecksfotze, ferg, du Drecksau. Als Kind ein wenig zu viel Geph, knatter sie mal so richtig durch, Stück Scheiße und Geisteskranke die Fresse polieren, hohle Nuss, Sondermüll, Schlampe, Schlamper. Das waren also diese Sachen. Und jedes Gericht hat einfach Stück für Stück genommen und sich das angeschaut. Also gucken wir uns mal an. Drecksfotze hat das Gericht genommen, Drecksfotze. Der Kommentar Drecksfotze, sagt das Gericht, bewegt sich haarscharf an den Grenzen des von der Antragstellerin Frau Künast noch hinnehmbaren. Dass mit der Aussage alleine eine Diffamierung der Antragstellerin Frau Künast beabsichtigt ist, ist ohne Sachbezug zu der im kommentierten Post wiedergegebenen Äußerung nicht feststellbar. Also jetzt ist, ich komme schon ein bisschen zum Kern der ganzen Geschichte. Das Gericht sagt, naja, die sagen ja, der Sachbezug ist, sie ist natürlich dann keine nette Person, Drecksfotze, wenn sie sich für die Freigabe von Pädophilie ausspricht. Sachbezug. Also die wollen ja nur ihre Meinung äußern. Das Gericht sagt, die Meinungsäußerung ist so weit, dass in dem Moment, wo man nicht nur auf eine Person es abgesehen hat und da ablästern will, sondern sich auch in einer Sache damit auseinandersetzt, dass man dann sehr weit gehen kann. Das Gericht sagt auch noch zusätzlich bei Politikern umso weiter. Die müssen sich noch mehr gefallen lassen, dass selbst Drecksfotze bei einer Politikerin geht, aber nur, wenn man sich in der Sache damit auseinandersetzt. Also wenn doch da gesagt wird, bezogen auf das Posting, ja, hier, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass du wirklich denkst, man könnte Kinderpornografie und Pädophilie freigeben, was sie nie gedacht hat. Dann als nächstes, hohlen Nuss und Sondermüll, sagt das Gericht, hohlen Nuss, die entsorgt gehört und Sondermüll stellt sich als überspitzte Kritik dar, da sich der Kommentar erkennbar auf die im Post wiedergebene Äußerung bezieht und damit einen Sachbezug hat, stellt er sich als nicht diffamierend dar. Und was die Berliner Richter immer wieder machen, sie gehen auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und das hat ziemlich großzügig die Grenzen ausgelegt, dessen, was noch keine Beleidigung ist, im Rahmen eines Diskurses. Da war es zum Beispiel so, dass eine Staatsanwältin als durchgeknallt bezeichnet werden durfte oder eine Richterin durfte bezeichnet werden mit einem Gerichtsverfahren von ehemaligem nationalsozialistischen deutschen Sondergerichten. Also so, wie so ein Sondergericht wurde ihr Gerichtsverfahren bezeichnet, das war nach Meinung des Verfassungsgerichts jedenfalls noch keine Schmähkritik. Also da sagen die Richter, Träger öffentlicher Gewalt, die müssen auch solche stark zugespitzte, polemische Kritik sich gefallen lassen. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn ich so den Lübcke-Mord sehe, wo ja auch so eine aufgehitzte Diskussion in den sozialen Netzwerken vorab stattgefunden hat, ob man so etwas tatsächlich zulassen soll, ob man wirklich sagen kann, das ist noch alles von der Meinungsfreiheit toleriert. Und ehrlicherweise muss man sagen, das, was ich euch ja gerade gesagt habe, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das war ja nicht ansatzweise so hart wie das, was Frau Künast vorgeworfen worden ist. Und man muss auch sehen, das, was hier Frau Künast vorgeworfen wurde, ist 30 Jahre her. Dieser eine Ruf im Bundestag, hör mal, wenn keine Gewalt dabei ist, ist 30 Jahre her. Und sie hat mehrfach in der Folgezeit, unter anderem auch 2010, festgestellt, dass sie eben niemals die Meinung hatte, man müsste dieses Delikt sexueller Handlung an Kindern nicht mehr unter Strafe stellen. Also da gab es Interviews, 2010 hat sie sich davon distanziert, hat gesagt, das war damals schon so falsch wie heute. Pädophilie sollte niemals straffrei bleiben. Also das war eigentlich klar. Hätte dann auch dem Weltredakteur wahrscheinlich klar sein müssen, als er da recherchiert hat. Aber um den ging es ja auch nicht. Nur sein Text, zusammen mit der Äußerung von vor 30 Jahren, hat zu dem falschen Facebook-Posting geführt und seinem falschen Foto. Ja, und jetzt ist es tatsächlich so, dass sie sich das angeblich gefallen lassen soll. Beziehungsweise, was heißt angeblich? So erstmal der Richterspruch aus Berlin. Ich selbst kann es nicht nachvollziehen. Artikel 5 Absatz 2 im Grundgesetz hat eine Schranke. Und das ist die Schranke Recht der persönlichen Ehre. Man kann seine Meinung, das steht in Artikel 5, äußern, aber nur so lange, wie man nicht die persönliche Ehre anderer verletzt. Meines Erachtens ist hier die Ehre von Frau Künast verletzt worden, auch wenn das Landgericht Berlin hier zu einer anderen Abwägung kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Frau Künast sich das gefallen lassen wird. Ich gehe fest davon aus, dass sie da in die nächste Instanz gehen wird. Das Kammergericht Berlin hat dann die Möglichkeit, sich nochmal damit zu beschäftigen. Und ich werde mich dann auch wieder damit beschäftigen. Also schließt ein Abo ab, wenn ihr wissen wollt, wie dieses Verfahren weitergeht. Erstmal interessiert mich auch eure Meinung dazu. Sollte man Politiker so hart angreifen können? Oder kann man sagen, die haben letztlich ja schon einen harten Job. Und sie müssen sich schon viel gefallen lassen, aber da sind einfach Grenzen überschritten worden. Da sollte die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden. Wer einfach keine gute Kinderstube genossen hat, der sollte dann mal die Klappe halten. Oder darf jeder mit seinem Wortlaut, so wie er es nur kann, sich auch entsprechend ausdrücken. Und der eine oder andere kann es eben nicht anders als mit solchen Worten. Und so jedenfalls der Geist des Urteils des Landgerichts Berlin Sachbezug gegeben. Ich bin auf euren Input gespannt. Schreibt es hier in die Kommentare, aber beleidigt mich bitte nicht allzu sehr. Sonst muss ich euch verklagen, aber ich habe ja keine Chance. Es sei denn, ihr habt Sachbezug. Naja, wir sehen es, was ihr da so alles postet. Ich bin gespannt. Wir sehen uns morgen schon wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss und bis dahin.